Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von NBA 2K17. Das wird eine geschmeidige Whatabout Allaround Folge. Das heißt, wir checken unsere Nachrichten ab, unsere Werbeverträge, wir gehen ins Teamtraining, wir machen uns vielleicht auch irgendwie eine neue Frisur, ziehen uns ein paar neue Sachen an etc. etc. Also würde ich sagen, wir starten einfach ganz gechillt rein. Erstmal unsere Nachrichten lesen. Ey Bress, ich habe eben mit Sporting gesprochen und sie haben zugestimmt, die Zahl der Events, an denen du teilnehmen musst, um deinen Vertrag zu erfüllen. Sieh dir das Angebot in deinen Werbeverträgen an und dann melde dich wieder bei mir. Flying, hearty, fire, fire. Money, money, money. Mom, deine Statistiken sahen gut aus heute, baby. Danke, danke Mom. Das ist immer so, die Mom schreibt immer so einen Text von einem Minimum, was weiß ich, acht Zeilen und wir Jungs antworten, oh, okay, danke. Ja, so sind wir halt. Social Media technisch, was geht da gerade eben so ab? Bress war heute einfach spektakulär und das Team hat aus seiner Defense immens profitiert. Ein wenig Kontakt von Cantor, kein Problem für Bress, er schließt trotzdem ab. Hashtag Biest. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Hashtag oder Ad Bress. Alter, du twitterst mich einfach an, was ist los? MVP, MVP. Gut. Ob es so weit reicht, mal schauen. Gut, also Werbeverträge. Bin ich ganz selten, deswegen gucken. Offene Angebote. Also erstmal schauen. Zehn Assistspiele, zehn Rebound-Spiele. Ja, das mit den Assists ist möglich, ist allerdings auch von unseren Teammates. Abhängig. Annehmen. Okay. So. Dann, ich bin ehrlich, ich kann meine Frisur nicht mehr sehen. Ich kann meine Frisur nicht mehr sehen. Da muss, jetzt muss irgendwas Neues her. Irgendwas Neues muss her. Das war so zwischendurch ganz nett. Aber jetzt, äh. Brauche ich was anderes. Hm. Sign of Dennis Rodman. Ja. Zieht aber. Obwohl, das würde sogar gehen. Aber so mega geil ist es dann doch nicht. Jetzt komme ich halt nicht mit den ganzen kurzen Dinger an. Ich muss das sehen, wenn das hier zu den Trailblazers ist, würde es ja passen. Nein, das ist schon. Leuchtend Rot ist natürlich schon. Das ist ein Träumchen. Das ist echt ein Träumchen. Dreadlocks und Cornroast. Da bin ich nicht so der Fan davon. Das ist mir dann wieder zu geschleckt. Das könnten wir eigentlich mal wieder machen. schwarz, braun. Also, hellbraun. Die Haare mal wieder komplett nach oben. Gesichtsbehaarung. Also erst mal Farbe wählen. So, in dem Fall. Ja, braun muss nicht komplett schwarz sein. Und dann gönnen wir uns doch mal einen richtig schönen, Stoppeln. Stoppeln, das ist egal. Kotletten, Schnurrbart. Den kann man halt noch relativ krass machen. Jetzt so ist er ein bisschen dicker. Also, ansonsten, ja, Tattoos etc. Kann ich gerade eben nicht viel machen, weil ich meine Visier ja hauptsächlich für das Pack-Opening rausgehauen habe. Okay. Neue Klamotten können wir uns trotzdem mal anziehen. Die Dinger kann ich jetzt gerade auch nicht mehr sehen. Kleidung, Kleidung, Kleidung. War das nicht hier? Ja. Irgendwas Neutrales. Ja, das passt doch. Babyblau. Und dann noch die dunkelblaue Hose von Paul George, eventuell. Oder eine Gammel-Jogginghose. Oder eine stinknormale Jeans. Komm, die Jeans. Was habe ich mir da damals eigentlich für eine Cap gekauft? Stirnband? Könnte ich bei der Frisur tatsächlich auch machen? Ja. Also. Bum, 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 bum. Sehen wir komplett anders aus. Ja, dieses hellblau oder babyblau muss man mögen. Finde ich ganz okay, wenn man schwarz ist oder wenn man einen dunklen Hautfarbe hat. Schön braun etc. Aber wenn man jetzt richtig weiß ist, finde ich sieht das nicht so ganz so mega geil aus. Gut, dann starten wir rein ins Team-Training und dann versuche ich danach noch dran zu denken, mal die Tabelle zu zeigen, dass wir da auch auf dem aktuellen Stand sind. So, dann wären wir ja in der Trainingshalle. Mal schauen, was heute so auf dem Plan steht. Ich meine, das letzte Mal in der Trainingsfolge habe ich, glaube ich, ziemlich viel Kritik geübt. zu Recht, meiner Meinung nach. Weil man hier einfach wesentlich mehr machen könnte, als was 2K hier veranschlagt. Deswegen brauche ich das in dieser Folge jetzt nicht nochmal aufgreifen. Drei gegen drei. Also, dann machen wir das. Da, easy. Da stehe ich alleine unter dem Korb. Aus dem Weg. Die 130 Kilo Dampfwalze kommt. Hookshot. Ja, da kann man mich einfach nicht verteidigen. Hookshot ist einfach mein Baby. McCullum. Ich wollte gerade sagen... Repco. Nice. Ballert den Dreier rein. Schönes Ding. McCullum. Na, ich laufe rein in die Zone. Hol ihn dir. Ein bisschen mehr Einsatz, mein Freund. Ach, wir dürfen ihn behalten. Okay, auch nicht schlecht. Ich wollte gerade sagen, ich werde doch hier an so einem kleinen Fatzke vorbeikommen. Aber noch einen Punkt, dann haben wir es geschafft. Wäre doch geil, wenn der Coach oder der... Ja, wie sagt man zu denen, die da so mithelfen, in diesen grauen Dingern. Trainingshelfer. Was anderes sind die, glaube ich, echt nicht. Werden dafür bezahlt, um Ballets zu spielen. Oh, Spielendphasen. Duell. Ich freue mich ja tierisch. Dropped. Und auch der fällt. Wir liegen halt wieder mit drei Punkten. Ich meine, das Thema, das hatten wir auch schon tausendmal. Du musst jetzt eigentlich gut verteidigen und dann musst du den Dreier ballern. Ja, und der geht rein und damit hat es sich eigentlich schon erledigt. Weil fünf Punkte... Oh, der war nice. Alter, was geht ab? One more time and dunk... Dunk it again! Alter, Coach Brubaker rastet voll aus, ey. Mann! Was ist los? Da zeigt 2K halt doch so ein bisschen, dass sie eigentlich wissen, um was es geht. Da kommt der Block. Darum geht's, um so eine Kleinigkeiten. Um so eigentlich eine Aussage von dem Coach einfach. Warum nicht mehr davon? Und der fällt. Aber das ist trotzdem. 101-101 ist der Drill gescheitert. Mann! Das macht mich jetzt fast wieder wütend, weil es zeigt ja eigentlich, dass man durchaus es machen könnte. Mehr Interaktion mit dem Coach, mit den Spielern. Finde ich total funny. Jetzt diese... Ja, diese... Ja, das war nicht meine Animation. halt einfach nur so ein Spruch von der Seite rein. Ist doch mega cool. Ja, ist ja gut. Fällt nicht. Ja, fällt wieder nicht, aber läuft richtig gut. Läuft richtig gut. McCullum und ich im Zusammenspiel 1A und der 3er bringt aber trotzdem noch einen Punkt. Ja, Drill gescheitert. Ich muss ehrlich sagen, ich habe am Anfang nicht gecheckt, dass es Pick and Roll ist. All right, let's have a good one today, guys. So, Freiwürfe trainieren. Ja, und ich... Meine Hoffnung für NBA 2K 18 sind wahnsinnig hoch. Ich... Zu hoch. Ich versuche schon echt runterzuschrauben, weil sonst bist du einfach enttäuscht. Ich weiß nicht, ob 2K rafft, was dieses Jahr in NBA 2K 17 nicht gut lief. Das Spiel an sich, alles, was man hier hat, reicht um... Es ist wahrscheinlich immer noch das beste Sportspiel. Egal. Aber... Man könnte es noch viel krasser machen. Das Ziel muss ja sein, nicht nur geile Verkaufszahlen zu haben, wobei das natürlich das Wichtigste ist für die Firma... Nein, das muss uns halt allen klar sein. Aber dass man nicht wegkommt. Dass man nicht wegkommt von NBA 2K. Dass es einen so süchtig macht. Das ist dieses Jahr einfach nicht der Fall. Ich freue mich schon, wenn ich nach einer Pause wieder 2K spiele. Aber letztes Jahr war es einfach... Boah. Bin ich gestorben dafür. Ohne Scheiß. Also, gutes Training. Geiler Spiel. Bruch vom Coach für unseren Dank. Und wir bekommen ein neues Upgrade. So, wir schauen auf jeden Fall noch gemeinsam die Tabelle an, dass wir da auch auf dem aktuellen Stand sind. Tabellen-Conference-Table. Also, wir sind auf der 1. Hinter uns die Timberwolves, die Nuggets, die Lakers, die Spurs, Pelicans, Warriors und die Clippers wären auch noch mit drinnen. Momentan im Osten die Nets, die Cavs, die Heat, Celtics, Knicks, die Hornets, Bulls und die Raptors. Die Heat übrigens mit einem 13er-Streak, aber leider war es dann auch vorbei. Also, 13er-Sieges-Serie. Okay, ansonsten, wo können wir noch reingucken? Ja, da sind wir ganz oben mit dabei. Aber wir brauchen eigentlich Liga-Führende. Genau, das ist für uns interessant. 30,3 Punkte pro Spiel. Ja, man braucht nicht drüber reden, dass der Center dieses Jahr mit Abstand am leichtesten ist von der Position her. Dahinter kommt Paul George, Kevin Durant, Harden, Chris Paul, Anthony Davis, LeBron James, Stephen Curry. Äh, One on One. Ich weiß zwar gar nicht gegen wen, aber gut, können wir auch machen. Gegen Lillard. Das ist natürlich ein faires Duell von der Körpergröße her. Ja, wenn ich da jedes Mal in Posts gehe, dann hat er keine Chance. Aber muss ich ja, weil von draußen habe ich keine Chance. Fällt auch wieder gerade so. Nochmal. Ah, der ist dieses Mal perfekt. Der ist dieses Mal perfekt. und zack. Also, Hookshot, Fadeaway, Dunk. Und dann nochmal zum Abschluss. Ja, auch der fällt. Keine Chance, Sitz C0. Und dann schauen wir noch kurz auf unser Handy, was da abgeht. Wenn was abgeht. Event für Spaulding. Okay. Ja gut, dann war es das auch schon wieder mit einer kleinen Trainingsfolge, beziehungsweise alles so ein bisschen gemischt. Macht mir einfach zwischendurch auch, muss ich sagen, echt mega fun. Das nächste Mal geht es, glaube ich, gegen Dallas, gegen die Mavs. Da werden wir auch ein bisschen über die aktuellen Gegebenheiten reden. Die Mavs momentan ja zwischen dem Zwiespalt tanken, aber auch jetzt gerade eben nur am Gewinnen. Werden wir ein bisschen drüber quatschen, genauso wie über Dirkulis, etc. etc. Also, lass mir gerne ein Däumchen da, schau das nächste Mal wieder rein. Bis dann, dein Ex. Ciao.